Irgendwie ist das ja so psychisch, die müssen erstmal raus Kilometer machen. Ich bin da jetzt nicht mehr traurig drum, dass er nicht so voll schmielert, weil ich denk mal einfach, der hat so dieses Dürfnis-Laufen-Rennen. Das darf man total nicht persönlich nehmen. Das kam mit Igor auch nicht anders, der hat mich auch nicht so viel wahrgenommen. Der war draußen, Kilometer zu gewinnen, ist es wichtig, dass die Leute da sind, dass man da jetzt sagt, dass die draußen wichtiger als die anderen Leute immer mehr. Genau. Das klappt ja super, ne? Ja, das klappt. Also sind sie überhaupt nicht irgendwie spanisch oder so. Der eine ist halt da, in Ordnung. Als hätte er ein Zäpfchen gekriegt, ne? Ja, das hat er gesehen. Als hätte er ein Zäpfchen gekriegt, ne? Ja, wir machen eine Zäpfchen, das ist ein Zäpfchen. Ja, das ist ein Zäpfchen. Okay, dann war das nicht so zu glücklich, Jörg, also irgendwas mit Schleim und einem Bogen. Ja, ich finde es nur ein Schleim. Ja, ein klein weiß, wie sie sich mit Schleim drinnen und dann war es auch so gut. Kann sich auch sein, dass es einfach seine Pugnabel ist. Das Zäpfchen weiß ich nicht. Aber hier ist es ähnlich, wie die Hände. Ja, das ist ein Zäpfchen. Ja, das ist das Zäpfchen. Heiß ab Schoen. Hallo Schatz. Super. Untertitelung des ZDF, 2020 Doch ein Bulldog drin Untertitelung des ZDF, 2020